Internationaler Architekturwettbewerb ausgelobt. Für den Neubau des Bauhausmuseums in Dessau-Roslau, der bis zum Bauhausjubiläum 2019 im Dessauer Stadtpark entstehen soll, hat die Stiftung Bauhaus Dessau am Dienstag gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roslau einen internationalen offenen Wettbewerb ausgelobt. Architekturbüros weltweit können sich bis zum 13. April mit ihren Entwürfen an dem zweistufigen Verfahren beteiligen. Noch in diesem Jahr soll der Siegerentwurf gekürt und die Realisierung beauftragt werden. Finanziert wird der Neubau anteilig mit jeweils 12,5 Millionen Euro vom Bund und dem Land Sachsen-Anhalt. Die Stadt Dessau-Roslau stellt das Grundstück auf der Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages der Stiftung Bauhaus Dessau zur Verfügung und übernimmt außerdem die Kosten für dessen öffentliche Erschließung und die Schaffung von Stellplätzen.